schuyokapia steht dir was du tippe die leute an ok aber trotzdem nicht du frag dich mal fest warum frag dich mal warum hast du so angst mach mal auf deine linie du bist eine nette spiel aber dass du auf einen lot verarsche und ich frage ihn mama hat sie keinen freund weil ich den notdienst problem hast du du bist nicht meine suche du bist eine andere leute ok er bei dir jetzt auch mal thema ansprechen auf youtube kein problem ist für dich drin dein herz und dann mit auf twitter du bist hast du dein herz weißt du wie du bist wieder feder das meine aber warum machst du das dein fehler und angst habe frag ihn mal warum miteinander umgehen und nicht geht lange das ist dein problem du bist nur ein stift die leute und zwar hier mal sehen raus bitte den ja ich fahre jetzt zu ich finde nicht okay mit der warum fragst du nicht literli frag ihn doch mal was er meint zu ich fährst jetzt zu dir ich will nicht ein lied weil das geht zu warum redest du mich mal an sprich mal mich an und was will ich finde du kannst nicht mal klar denken kommt jetzt noch nicht mal frag den mal warum hast du so angst um dich zu ihm einfach hey christian ich habe ein kein problem ich bin ein ein mensch der fährt mich wirklich weil er in euch rede schulio kapia um die zukunft habe für vor angst hast du so ich frage dich mal warum hast du ich frage dich nur ich weiß nicht mehr so ich gebe dir einfach hör auf blöde immer das viel gesehen ja ich habe diesmal warum gehst du nicht mal hinauf facebook und facebook